Was meinst du, Amos? Wollen wir den Kerl ein bisschen filzen? Na los! Meister, soll man kämpfen um des Sieges willen? Versuche, jedem Kampf auszuweichen. Aber werden wir dann nicht immer die Unterlegenen sein? Vergiss nicht, wo kein Kampf ist, gibt es weder Sieg noch Niederlage. Die biegsame Weide kämpft nicht an gegen den Sturm. Und doch überlebt sie. !" Frieden ..." Untertitelung des ZDF, 2020